Herzlich Willkommen zu einer weiteren Live-Behandlung hier bei MEK Aesthetics. Wie man schön sehen kann, geht es heute um die Nasenkorrektur ohne OP, natürlich nur durchgeführt von Fachärzten für plastische ästhetische Chirurgie. Ja, und unsere Patientin findet sich im Profilbild nicht ganz so attraktiv und möchte deswegen die Nase korrigieren. Dieses geht natürlich sehr schnell durch die Nasenkorrektur ohne OP, natürlich nur mit natürlicher Hyaluronsäure vom Marktführer und so wird die Nase optisch natürlich verschönert. Nach 10 Tagen sehen wir diese auch zur Nachkontrolle wieder und jetzt haben wir schon mal ein vorläufiges Ergebnis und das ist ja wirklich beeindruckend und da können wir uns zufrieden verabschieden.